hallo liebe keine unity ja herzlich willkommen zu den canon news aus dem januar diesmal aus unserem neuen new studio wie ihr seht die erste meldung kommt aus thailand der thailändische gesundheitsminister kohlyan sikayev hat nun das gesetz unterzeichnet welches den freizeit konsum von cannabis verbietet und dessen verwendung ausschließlich zu medizinischen zwecken erlaubt wie wir schon letztens berichtet haben dr kohlyan betonte dass das gesetz die medizinische nutzung von cannabis fördert und klare regelung zur verhinderung des freizeitgebrauchs einführen soll zudem könnte eine anpassung der regelung des teitraditional und alternative mediziniendepartement notwendig sein um cannabis als kontrollierte substanz zu listen also der kauf von cannabis könnte zukünftig auch einen ärztlichen nachweis erfordern abhängig von weiteren gesetzes durchsetzungen cannabis geschäfte dürfen nach inkrafttreten des gesetzes also nur noch legal in thailand angesehene teile der pflanze verkaufen wobei produkte mit einem thc gehalt von über 0,2 prozent illegal bleiben also das gesetz zielt darauf ab dass unrechtmäßige verwendung von cannabis zu freizeitzwecken zu unterbinden eine meldung aus der usa wieder von einem kreuzfahrtschiff bei einem vorfall auf dem kreuzfahrtschiff norwegian joy das von miami nach was was hinten unterwegs war waren zwei passagiere etwas übermütig denn sie wurden mit über 70 kilogramm cannabis erwischt sie hatten wohl pech weil ein drogenhund auf ihr gepäck reagierte und über 100 vakuum versiegelte beute der verbotenen frucht entdeckte die erwischten passagiere gaben anders cannabis sei für ihre persönlichen gebrauch bestimmt trotzdem deutete die menge und die verpackung auf drogenhandel hin in usa ist cannabis in vielen bundesstaaten legal bleibt aber auf bundesebene illegal ja davon führte zur anklage wegen besitzes und der absicht zur verteilung von cannabis also die behörden sehen den vorfall als teil eines zunehmenden trends cannabis von den usa nach england zu schmuggeln ja wo die preise für diese droge noch höher sind die anklagen unterstreichen übrigens die strenge haltung gegenüber internationalen drogenschmuggel ja und hier noch eine neuigkeit aus der anti-doping-politik die ufc also hat letzte woche einzelheiten ihrer neuen anti-doping-politik bekannt gegeben ziel ist es das beste effektivste und fortschrittlichste anti-dopingprogramm im profisport zu sein diese änderungen die am 31 dezember in kraft trat könnte einen wandel in der handhabung des cannabis konsums auch bei anderen sportarten oder bei regulierungsbehörden anstoßen steven murphy ceo von probischen partners sieht eine bewegung hin zu einheitlichen doping regeln also die aktualisierung der cannabis politik ist ein teil eines komplexen puzzles nachdem die ufc bereits 2021 änderungen vornahmen die athleten bereits schützten die positiv auf thc getestet wurden die spiegelt ein wachsendes verständnis für die vorurteile von medizinischen marihuana auch bei athleten wieder eine umfrage unter mma kämpfern ergab dass fast 46 prozent marihuana für erholungs- oder freizeitzwecke nutzen weiterhin usa eine meldung von der die die us-strafverwaltungsbehörde die die erwägt eine ja neu bewertung von marihuana das derzeit als stufe 1 droge eingestuft ist dies könnte marihuana zu einer stufe 3 substanz machen was es als weniger gefährlich und medizinisch nützlicher einstufen würde die mögliche änderung folgt einer empfehlung des us-gesundheitsministeriums und hat bereits zu einem anstieg der aktienkurse im cannabis sektor geführt ja eine reklassifizierung könnte die entkriminalisierung und legalisierung von cannabis weiter vorantreiben und den markt für cannabis produkte erweitern trotz der positiven kursentwicklung bleibt die kommerzialisierung hinter den erwartungen zurück und investoren wird geraten die weitere entwicklung der branche abzuwarten ja und hier ein ganz anderes thema schusswechsel in kalifornien in oakland kalifornien wurde ein polizeibeamter namens tuan lee aber im schusswechsel während eines einbruchs in einem cannabisgeschäft tödlich getroffen der vorfall der sich ereignete als officer lee auf einen notruf reagierte merkt den zweiten einbruch im selben geschäft innerhalb von vier stunden ja dieses tragische ereignis unterstreicht die risiken den cannabis geschäfte aufgrund der aktuellen gesetzeslage in den usa ausgesetzt sind obwohl president joe biden schritte zur liberalisierung der cannabis politik unternommen hat bleibt die legalisierung auf bundesebene aus was die geschäfte zu zielen für kriminelle aktivitäten macht ja das oakland police department betrauert den verlust von officer lee der als treuer ehemann freund und hält beschrieben wird das ein leben der sicherheit der gemeinschaft gewidmet hat ja der vfll hebt die dringlichkeit einer bundesweiten legalisierung von cannabis hervor um die sicherheit zu erhöhen und um auch den unternehmen den zugang zu bankdienstleistungen und sicheren zahlungsmethoden zu ermöglichen ein sehr guter schritt nur noch eine meldung aus österreich in österreich wurde eine serbisch-bosnische tätergruppe aufgedeckt die verdächtigt wird zwei cannabis in der plantagen mit über 1400 pflanzen betrieben zu haben die polizei hat zwölf personen ermittelt sechs davon sind bereits in haft diese banne soll seit 2018 aktiv gewesen sein und wird beschuldigt 300 kilo getrocknete cannabis blüten produziert und im schwarzmarkt für etwa drei millionen euro verkauft zu haben aber ratzieren wurden zudem 1450 cannabis pflanzen cannabis blüten amphetamin kokain und bargeld sichergestellt der in minister lobte die ermittlung als bedeutenden erfolg gegen die organisierte kriminalität auch in graz wurde die polizei mal wieder fündig vincent ja vincent ein blechpolizist der österreichweit eingesetzt wird um autofahrer und fahrerinnen zum langsameren fahren zu animieren 2019 am helllichten tag aus der lastnitz höhe entwendet wurden und über vier jahre später vergangenen samstag führten die anhaltenden ermittlungen der polizei zu einem 26 jährigen mann in dessen praktiker vincent auf einmal wohlbehalten vorgefunden wurde ja die entdeckung von vincent war jedoch nur der anfang mit dem 26 jährigen wurden eine kleinere menge cannabis und später nach einer durch die staatsanwaltschaft genehmigten hausdurchsuchung eine indoor cannabis plantage mit einer hohen zweistelligen zahlern zuchttöpfen sowie fertig getrocknete cannabis pflanzen sichergestellt zusätzlich fanden die beamten airsoft luftdruck und schrägschusswaffen vor ort er der 26 jährige gab an nicht alleine gehandelt zu haben und führte die ermittler zu zwei weiteren gleich ältrigen männern also immer schön die ermittlung weiterführen alle drei gestanden die tat und müssen sich nun sowohl verwaltungs als auch strafrechtlich anzeigen stellen ja und noch eine meldung aus deutschland in iserlohn nordrhein-westfalen haben drei cannabis züchter der polizei versehentlich ein verhandlungs foto album geliefert weil sie ihre illegale plantage mit überwachungskameras ausstatteten die kameras die ursprünglich zur sicherung gegen einbrecher und zur alarmierung bei ungebetenen besucher installiert wurden machten auch aufnahmen der betreiber selbst die plantage selbst wurde im mai 2023 in einer angemieteten wohnung eingerichtet und flog auf als im oktober ein technischer defekt eine brandmeldeanlage aktivierte die feuerwehr entdeckte dann halt die plantage obwohl der mieter die drei männer nicht verrat oder verriet auf die polizei nun mit hilfe der aufgezeichneten bilder welche wir leider nicht zeigen können oder nicht wollen die täter zu identifizieren so ist es nun mal ja was wären die news ohne eine meldung aus bayern bayern setzt sich weiterhin gegen die legalisierung von cannabis zu genusszwecken ein gesundheitsministerin judith gerlach kritisiert das vorhaben weiterhin gerlach argumentiert dass die legalisierung zusätzliche kosten für den steuerzahler bedeuten und einen neuen verwaltungsapparat erfordern würden sie betont die gesundheitlichen gefahren besonders für junge menschen und plädiert für mehr aufklärung und prävention statt einer legalisierung bayern plant die einrichtung einer kontrolleinheit zur strikten durchsetzung bestehender gesetze und zur eindämmung des cannabis konsums nun ja und die letzte meldung aus spanien und die letzte meldung aus spanien in barcelona der hauptstadt kataloniens stehen die cannabis clubs im mittelpunkt der aktuellen debatte wie eigentlich schon öfter aber diese clubs in den mitglieder bislang legal cannabis konsumieren und tauschen können sehen sich mit der möglichkeit einer vollständigen schließung konfrontiert da die lokale politik vermehrte inspektion fordert also die diskussion spiegelt sich auch in deutschland wieder wo ähnliche modelle in betracht gezogen werden trotz den acht gewiesenen vorteile einer cannabis legalisierung gibt es laute politische stimmen die eine rückkehr zu restriktiven maßnahmen fordern also die strikteren kontrollen und vorschriften in barcelona zielen darauf ab den clubs das leben schwer zu machen während befürworter die positiven effekte des modells betonen die gängelung ohne alternative lösung kritisieren die debatte zeigt also die schwierigkeiten auf die mit der implementierung und dem erhalt von progressiven drogenpolitik verbunden sind also trotz internationaler vorbilder und dem klaren bedarf fortschrittlichen ansätzen in diesem sinne bleibt also gesund macht vielleicht auch gute ansätze lasst einen kommentar hier wir sehen uns bald wieder bis dahin